Seit 1953 betreut die Erich-Schmaus-Hausverwaltungsgesellschaft MbH Immobilien im Großraum München. Unser Ziel ist es, jeden Kunden persönlich kennenzulernen und zu beraten. Unsere umfassenden Aufgaben erledigen wir an Ihrem Objekt gewissenhaft und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Unsere Servicepakete werden für Sie optimal zusammengestellt und umfassen unter anderem Bauträger, WEG, Mietshaus- und Sondermietverwaltung sowie einen Handwerker- und Hausmeisterservice. Mit Erfahrung, Freude und Kompetenz stehen wir Ihnen und Ihrer Immobilie zu Diensten. Ihre Haus- und Grundstücksverwaltung in München.